Ich schau... Hey, reist du grad auf dich? Ja, ich greif auf dich. Ich schau, dass der noch da ist. Der lebt noch, der lebt noch! Warte, ich weiss nicht, wo er hinschaut, der liegt gerade am Boden. Ich greif mal, wenn ich auf mich möchte. Langsam, langsam. Langsam, dass er dich nicht geräumt hat. Er liegt noch. Geht schon, komm jetzt. Ich greif nicht. So, ich schieße noch mal. Siehst du den? Ja, ich sehe ihn, aber ich sehe nur die Uhr. Das geht nicht. Du siehst. Probierst du den Laufiger da. Hey, der traut sich nicht aufstehen. 3 am 8. Der traut sich nicht aufstehen, weil er unter der Sucht ist. Hey, wer rennt da beim Denks? Beim Backheifer. Also beim Luke Backheifer. Wirklich? Er steht auf! Er steht, er steht, er steht. Er legt sie über ihn nieder. Der fackt ist. Ja. Feierpfeifen ist nicht mehr. Hat irgendwer irgendein, wo er erwartet, wo er weiter fällt sich auf? Ja, ich hab auch so ein Kasten. Warte mal, vielleicht zieht er mich irgendwo. Wer ein Torer? Das finde ich, das finde ich. Ist der beim Luke Backheifer? Nein, ich glaube, er steht dort auf. Jetzt hat er dich fixiert. Ja, passt. Jetzt steht er klar auf. Jetzt steht er auf! 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 Ja, einmal! Du bist schon. Einmal, einmal draufhauen! Ja, einmal! Ist er hin? Was ist, Bär? Was ist denn der Scheiß? Ja, da fällt's in der Mitte. Ich glaube, ich muss nachhören. Legt ihn nieder! Nein, wir sind draufhauen. Wieso hast du, ich soll mir auch aufhören? Wieso stehst du mir da aufhören? Was ist das für Haufen, bitte? Ja, Alter, wenn er die Hocker nicht genommen hat! Ich hab mir die Hocker hinzungen, der hat's angenommen! Ich vernehm's dir ein Plakat aufhören! Ja, mein Gott! Was soll ich machen, wenn er die Hocker nicht beim ersten Mal nimmt? Was ist denn, wo ist der Jacke? Ich bin... Schau da noch auf! Du bist der Köder, Jacke! Wäre ein Depp hat den Gras umgekommen gemacht! Ja, du musst hinschauen! Ich glaub, der hat sich wohl in Höchsenbrot gehabt! Wer? Der Hauberer? Ja, Bär, Bär, Bär! Ja, ich hab mich draufhauen! Ja, ich hab mich draufhauen! Ja, du hast mich draufhauen! Ja, du hast mich draufhauen! Ja, du hast mich draufhauen! Ja, hier, wieso? Ja, was auch! Der lebt noch! Ja, ey? Ja, wieso lebt'n der noch? Ja, weil.... Werden der Milchnach anbrachst du? Nein! Die habe gar nicht genommen! Ey, der kommt nicht an! Der kommt nicht an! Jetzt kannst du hier was machen! Also Bär be! Bär be! Ja und, wieso schaust du da noch die ganze Zeit hin? Ich schau ja nicht die ganze Zeit hin! Du schaust schon drüber! Ja, hast du denn da nicht angefetzt? Und ein Obergreif? Der ist denn Obergreif, oder? Sicher, irgendwer ist Obergreif! Ich habe mich einmal getroffen. Da sag ich, reiht es rechts auf. Oh, Schut. Ist jetzt eh. Warte, jetzt hab ich mich hingelegt. Ich muss nicht rein. Du kannst nicht. Jetzt, jetzt, jetzt! Nimm die Rack, nimm die Rack. Jetzt ist es im Arsch. Was ist denn? Was ist denn? Da liegt ein Ohr, oder? Wer liegt noch? Ja, der ist noch einer. Da ist noch einer, glaube ich, oben, oder? Sieh ich oben. Ah ja, ich sehe ihn nicht. Jakob, in Ordnung. Ich sehe, der ist ruhig. Kira, käme ich mal. Ich sehe nicht, was er drin. Wo ist der? Jetzt ist er noch weggewinst. Ja, ich glaube. Hier liegt er. Ja, ich sehe, der ist noch weggewinst. Ja, ich sehe. Ja, der ist noch weggewinst. Seinster Nacht, du willst was gerät. Ich sehe, der ist noch weggewinst. Ich sehe, der ist noch weggewinst. Ich geh mehr schon. Ich kriege mir die Zeug, wieder. Ich glaub, die waren Freunde, gell? Ja, so ist gut. Und dabei! Ja.